hallo und herzlich willkommen bei jasper extreme heute fliege ich über einen teil der spree hinter mir könnte zwei abzweigungen erkennen rechts zweigt sich die spree weiter in richtung stadtmitte ab und westlich von ihr befindet sich der charlottenburger verbindungskanal und links neben mir also in diese richtung verläuft der landwerkkanal ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.